Wenn du zu schnell fährst, wird das da? Nee, nee, überhaupt nicht. Aber wenn ich keinen Rücksicht nehme. Mir macht das einfach nur Spaß. Ich habe jetzt mal die Vergleichsmöglichkeiten zum Lager und zu deinem Fahrstil. Und dann haben wir natürlich wieder... Boah, der Motorrad schon. Siehst du, war sehr schnell und alles Paletti-Wand schon. Das ist der von der Maus? Ja. Ist das der von der Maus? Ja. Ich muss schon mal, dass du mich gesehen hast. Hahaha. Lovely night. Boah, das ist richtig cool, oder? Läuft sich hier los. Ja. Boah, das ist richtig cool, oder? Läuft sich hier los. Ja. Wo kommst du? Ja. Ja. Du bist, du bist. Wartour. Wie ist es? Wie sind wir da? Ja. Ja. Das war die Haare. Ja, der war schon die ganze Zeit hinter mir am Zappeln. Boah, der klingt hoch, ne? Ja, könnte besser sein. Vor allem bei den Rechen sind es früher um zu schmieren, ne? Ja, der klingt hoch, 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 ne? Ja, das stimmt. Das war das Rad, das schneit. Rad aus? Ja, das ist ja, ja. Aber er geht ja, das ist das Rad. Aber das geht Serienleistung. Ja, ja. Okay. Aber hier hab ich immer das Gefühl, man könnte achten auf jeden Fall. Ja, okay. Okay, auf geht's! Aber das ist auch eine Geschichte, die ist auch ordentlich nationell. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall einen Schlitz. Die Leihautos Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Bei dem Tempo musst du nicht bremsen. Das ist eine geile Strecke. Das ist einfach eine geile Strecke. Einfach nur Spaß. Wenn die gesagt haben, das ist schöner als 6 mal. Ja, das stimmt. Das Geheimnis ist, aus den Ecken rauszukommen. Die Schwierigkeiten mitzunehmen, ne? Ja. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ja. Das ist eine gute Idee. 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 Ja. Das ist eine gute Idee. 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 Das ist eine gute Idee.